Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Ja, heute habe ich wieder ein neues Video für euch dabei, passend auch zu meiner letzten Videoreihe hier zu den Dividendenaktien. Und zwar sind hier bei drei Dividendenaktien die aktuellen Quartalszahlen rausgekommen, auf die möchte ich mit euch natürlich zusammen eingehen. Einmal hier bei Chevron, bei Abwee und Procter & Gamble. Ich denke alle drei Titel werden für euch ein Begriff sein, viele haben vielleicht auch die Titel im Depot. Gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wenn es der Fall ist oder auch eine offene Diskussion starten, wenn es hier irgendwelche Themen gibt, die diese drei Titel betrifft. Gerne unten reinschreiben und natürlich auch eure Wünsche mitteilen, wenn ihr hier irgendwelche Aktienwünsche oder Vorstellungen habt, mir auch immer unten gerne in die Kommentare schreiben. Ja und an dieser Stelle auch nochmal ganz lieben Dank für die zahlreichen Kommentare, Likes und Abos. Ohne euch wäre das Ganze natürlich hier gar nicht möglich. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt rein, wie gesagt, mit den aktuellen Quartalszahlen hier der Dividendenaktien. Procter & Gamble und Chevron ja auch hier Dividendenaristokraten, die quasi seit über 25 Jahren die Dividende erhöhen. Procter & Gamble wirklich hier, glaube ich, das Nonplusultra, was die Dividendenaktien angeht und ein sehr, sehr schön stetig wachsender Wert. Und damit starten wir jetzt auch direkt rein. Procter & Gamble, wir gehen jetzt hier rechts mal in den Chart direkt rein und der schaut natürlich auch auf Jahressicht sehr, sehr schön aus. Wir kommen hier von 119 Euro Kurs her, stehen aktuell bei 136,18. Das Jahreshoch lag ja bei 155,22. Wir stehen auch gerade knapp unter zwei ganz, ganz wichtigen Kernmarken. Einmal der 50-Tage-Linie im kurzfristigen Bereich und der 200-Tage-Linie im langfristigen Bereich. Sollten wir diese jetzt hier nach oben schneiden und das Ganze auch nachhaltig bleiben, dann kannst du wieder Kaufsignale auslösen, die dann eben bis zu einem maximalen Hoch hier wieder auf das Jahreshoch laufen können. Sollte es hier jetzt drunter bleiben, dann können wir hier auch nochmal ein bisschen tiefer fallen. Grundsätzlich aber natürlich Procter & Gamble, ein sehr, sehr solider Wert mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2,4%. Kommt natürlich auch immer auf euren individuellen Einstiegskurs drauf an. Jetzt gehen wir hier mal zu den geplanten bzw. zu den vergangenen Quartalsergebnissen. Die mittlere Schätzung, es ist ja immer wichtig, was haben die Analysten geschätzt hier am Markt, welches Ergebnis pro Aktie und welche Umsatzerlöse fallen hier an und dann werden die Erwartungen übertroffen oder eben unterboten. Macht zumindest kurzfristig eine ganz klare Marktreaktion aus. Hier hat man das Ergebnis, die Aktie war die mittlere Schätzung bei 1,224 US-Dollar. Der tatsächliche Wert war 1,21, also man hat es eigentlich nur knapp verfehlt um 1,1%. Somit hier aber unter den Analysten Schätzungen, was sehr positiv war, waren die Umsatzerlöse. Also man hat so ein bisschen gemischte Zahlen, muss man sagen. Die Umsatzerlöse lagen hier bei einer mittleren Schätzung bei 19,4 Milliarden und der tatsächliche Wert war dann 19,515. Somit haben wir eine Abweichung von plus 0,5%, was positiv zu sehen ist. Ja, der Markt hat hier gemischt darauf reagiert. Wir sehen es heute, haben jetzt ein kleines Plus von 0,13%, sind hier jetzt aber eben die letzten Tage unter die wichtigen Marken gerutscht. Die gilt es jetzt hier wieder zu überbieten bzw. hier wieder drüber zu kommen, um hier einfach eine gewisse Bodenbildung zu finden. Sollte man hier drunter bleiben, wie gesagt, kann es hier auch durchaus rein aus charttechnischer Sicht nochmal tiefer gehen. Wenn wir uns hier oben mal die Schätzungen anschauen für nächstes, übernächstes und Jahr 2025 möchte ich mal ein bisschen ausklammern. Das ist eh alles schon die Glaskugel. Die Umsatzerlöse soll nächstes Jahr auf 81,6 Milliarden, das Jahr darauf auf 85,5 Milliarden steigen. Auch Dividende soll natürlich weiter erhöht werden. Das Ergebnis der Aktie soll weiter steigen und auch wenn wir uns hier mal schauen, Ergebnis der Aktie im Vergleich zur Dividende, haben wir hier ein Ausstellungsverhältnis von ungefähr 60% oder 65% und haben hier noch ein deutliches Stück nach oben Luft, um hier natürlich weitere Dividendenerhöhungen anzupeilen. Und auch die Folgejahre soll ja das Ergebnis der Aktie auch weiter ansteigen. Auch das EBIT in Millionen Euro, also hier in Milliarden, 18,4, 19,6 soll weiter ansteigen und auch natürlich der Gewinn hier in Milliarden, 15 auf 16 Milliarden. Somit schaut das alles sehr, sehr rund aus und ist für mich wirklich sehr solide. Und was für mich noch ein wichtiger Wert ist, ist auch immer das Verhältnis Cashflow pro Aktie im Verhältnis zur Ausschüttung der Dividende. Auch hier richtig schön, also im Cashflow-Bereich haben wir hier sogar knapp nur über 50% oder 55% und wie gesagt, auch hier soll es stetig weiter steigen, der Cashflow pro Aktie und auch natürlich dahinter der stehende Free Cashflow. Das waren so die wichtigsten Zahlen, schreibt mir jetzt gerne unten die Kommentare, ob ihr Procter & Gamble in eurem Depot habt. Und dann springen wir auch schon direkt weiter hier zu Chevron, auch hier fangen wir wieder rechts im Bild im Chart zusammen an, auch ein sehr schöner Chartverlauf. Wir kommen von ca. 85,79 Euro her vor einem Jahr, hatten hier einen Jahreshoch bei 169,22 und stehen aktuell bei 157,56. Hatten hier auch sehr, sehr gute Zahlen, also Chevron hat hier richtig stark reagiert. Und wir haben hier eine Dividende aktuell von über 6%, die ist schon sehr, sehr stark und solide natürlich, stehen hier auch über zwei wichtige Marken, über der 50 und über der 200-Tage-Linie. Das hat man geschafft. Ich denke, hier ist jetzt die nächste Widerstandszone im Bereich des Jahreshochs. Die nächste gelegene Unterstützung liegt ja ganz klar bei der 50-Tage-Linie und die nächste starke Unterstützung hier im Bereich um über 130 an der 200-Tage-Linie. Das absolute Jahrestief lag ja bei 79,91, hat auch zweimal gehalten. Das ist die ganz, ganz starke Unterstützung im langfristigen Bereich, aber wie gesagt, da sind wir erstmal weit davon entfernt. Und wenn wir uns das mal anschauen, auch hier die Schätzungen zu Chevron, da ist es so, dass das Ergebnis, die Aktie erwartet wurde, mit 5,083 US-Dollar. Der tatsächliche Wert war ganz, ganz stark drüber bei 5,82. Das ist ein Plus von 0,737 und entspricht einer prozentualen Abweichung von knapp 14,5% und das ist natürlich sehr, sehr positiv. Auch die Umsatzerlöse sind stark angestiegen, die mittlere Schätzung lag irgendwo bei 58,6 Milliarden und der tatsächliche Wert war dann 68,7. Also sehr, sehr stark auf jeden Fall, richtig starke Zahlen. Auch hier entspricht es einer Abweichung von einer Schätzung von 17,2% plus und das ist natürlich hier positiv zu bewerten. Wir müssen uns natürlich auch ein bisschen hier so in die Zukunft anschauen. Wir haben auch planmäßig dieses Jahr drin, sind es hier 234 Milliarden, die 2022 geplant sind. 2023 soll es dann schrumpfen auf 219, auf 189, 180. Das ist natürlich alles so die Glaskugel, aber natürlich wird dieser Bereich immer schwieriger, hiermit auch in Zukunft weiter viel Geld zu verdienen. Momentan ist hier noch alles ganz tiefenentspannt. Wenn wir uns auch anschauen, das Ergebnis je Aktie ist hier sehr, sehr solide bei 17,97, die Dividende bei 5,68, also hier knapp 30% Ausschüttungsverhältnis und eine Dividendenrendite, die sehr, sehr stark ist aktuell. Natürlich immer bezogen auf den jeweiligen Einstiegskurs. Aber was man schon ein bisschen zumindest das Auge drauf haben muss, das Ergebnis je Aktie soll hier stetig zurückgehen. Da muss man so ein bisschen Auge drauf werfen, wenn man hier auch investiert ist, beziehungsweise nachhaltig investiert bleiben möchte. Der Cashflow je Aktie ist auch rückläufig. Also es ist so ein bisschen mit einem Ausrufezeichen versehen. Aktuell stimmen die Zahlen aber und wie gesagt, man hat ja auch die Zahlen hier übertroffen und aktuell passt es alles. Schreibt mir auch hier mir gerne unten in die Kommentare, ob ihr Chevron in eurem Depot habt. Würde mich mal brennend interessieren. Und dann springen wir direkt weiter hier zu AppW. Natürlich auch ein sehr, sehr starker Titel. Auch ein schöner Chart. Auf Jahressicht gesehen bekommen wir von 97,70 Euro her. Hatten dann ein absolutes Jahrestief bei 90 Euro erreicht. Dann kam eine richtige Aufschwungphase. Hier ging es ganz, ganz weit nach oben bis zu 161,32 Euro. Ehe man dann wieder konsolidiert ist und jetzt in so einer breiteren Seitwärtsphase gefangen ist. Man hat jetzt hier nach den Zahlen die 50-Tage-Linie wieder nach unten durchschritten. Man muss mal schauen, ob das Ganze nachhaltig so bleibt. Momentan aber wie gesagt 50-Tage-Linie nach unten unterbrochen. Die nächste starke Unterstützung würde dann hier an der 200-Tage-Linie auch bei 130 Euro liegen. Hier alles in Euro angegeben jetzt im Kursverlauf oder im Chart. Und wie gesagt alles in allem. Aber AppW wie ein ganz, ganz starker Titel. Auch mit weiter Wachstum für die nächsten Jahre. Die Dividende soll stetig weiter ansteigen. Und man hat hier auch schon eine richtig schöne Dividendenrendite von circa 4%. Also auch da schaut es sehr, sehr gut aus. Und wenn wir uns hier mal eben auch die vergangenen Zahlen zum Quartal anschauen. Dann haben wir hier eine Ergebnisse-Aktie in der mittleren Schätzung gehabt von 3,32 Dollar. Tatsächlich waren es dann 3,37 Dollar. Somit eine Abweichung von plus 1,5%. Was auf jeden Fall positiv zu werten ist. Die Umsatzerlöse haben leicht nach unten abgewichen. Da war die mittlere Schätzung irgendwo bei 14,665 Milliarden. Tatsächliche Wert waren dann 14,583. Somit Minus von 0,559% Abweichung sozusagen zum tatsächlichen Wert. Also auch hier gemischte Zahlen. Aber alles in allem in Ordnung. Und wenn wir uns hier mal anschauen, auch den Cashflow pro Aktie. Der soll zwar leicht zurückgehen. Aber alles in allem, wenn wir uns auch die Umsatzerlöse anschauen. Dieses Jahr bei 59,3. Nächstes Jahr soll es bei 55,7 liegen. Dann aber wieder bei 56. 55 ist auch ein bisschen so die Glaskugel. Aber auch die Dividende soll stetig weiter anwachsen. Wichtig ist hier auch wieder das Ergebnis pro Aktie. Wenn wir uns das anschauen. Wir stehen bei 13,87 Dollar. Dieses Jahr planmäßig Ergebnis pro Aktie. Haben hier eine Ausschüttung von 5,71 Dollar. Also auch hier circa 40% Ausschüttungsquote. Und somit noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Aber wie gesagt, auch hier muss man es im Auge behalten. Wobei ich langfristig glaube, dass AppWi hier ein ganz, ganz starker Dividendentitel sein könnte. Wichtig ist für mich aber, jeder für sich selber nochmal bewerten. Das sind immer nur lediglich Infos, die ich euch gebe. Und natürlich auch keine Anlageberatung. Sondern ich gebe euch lediglich die aktuellen Informationen wieder. Und wie ich die Situation persönlich hier einschätze. Aber alles drei Titel, die sehr, sehr dividendenstark sind. Wie gesagt, auch mit evidenten Aristokraten dabei. AppWi könnte einer werden in den nächsten 15 Jahren. Sie zahlen jetzt schon über 10 Jahre stetig, steigern sie die Dividende. Und ich glaube, dass das auch so weitergehen kann. Wenn die Zahlen weiter passen, schreibt mir auch hier gerne unten in die Kommentare, ob ihr eine der drei Aktien im Depot habt. Und wie es hier bei euch ausschaut. Ja und das war es dann eigentlich soweit von meiner Seite. Und wenn euch mal ein Video um meinen Kanal jetzt gefallen hat. Und ihr mehr solche Videos sehen wollt. Dann lasst doch an dieser Stelle gerne ein Abo da. Und aktiviert die Glocke, um mir kein Video mehr zu verpassen. Würde mich natürlich mega freuen an dieser Stelle. Ja das war es von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Freue mich aufs nächste Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.